what the fuck nein ihr alle kennt doch sicher die seite gutefrage.net das ist eine seite auf der leute verschiedenste fragen zu verschiedensten themen stellen können und die sind manchmal gut manchmal ziemlich komisch und ich dachte mir ich beantworte mal ein paar fragen zum thema cosplay oder ich versuche sie zu beantworten spoiler ich kann nicht alle beantworten denn es sind ziemlich komische dabei let's go also 100 fragen haben wir zur auswahl ganz viele wie kann ich meine eltern am besten dazu überreden cosplayen zu dürfen warum verbietet man als elternteil seinem kind cosplayen ich würde mich ich würde mir einen ast abfreuen wenn mein kind mir mal sagt sie will cosplayen ich will sofort your forger cosplayen sie soll anja cosplayen oder er oder whatever und let's go warum ich weiß nicht wenn okay wenn es wenn es religiöse grunde hat oder ich weiß gar nicht in welcher religion cosplay verboten sein sollte kann man ein cosplay kleid auch in der schule anziehen ich muss ganz ehrlich sagen ich bereue es dass ich zu meiner schulzeit noch nicht gekostelt habe ich glaube es wäre so cool gewesen im cosplay in die schule zu gehen wobei ich mir vorstellen kann dass das nicht allzu gut ankommt bei anderen schülern zumindest kommt oft das cosplay drauf aber zum beispiel wenn es die japanische schule an uniformen cosplay ist wird wahrscheinlich eher komisch aussehen aber ich meine ich hätte ich hätte spaß daran anyways kann man als normaler typ eine cosplay freundin haben ich habe kein cosplay und gehe mit normaler kleidung auf convention weil es mir so teuer ist leider ich liebe cosplayerin und sie sind so süß jedes mal weil ich eine mann anime manga fan treffen bin würde ich mir nichts lieber wünschen außer eine cosplayerin direkt mit nach hause nehmen zu dürfen aber weil ich schüchtern bin gehe ich jedes mal traurig weg und wieder nach hause wenn ich am eingang von den fan treffen die vielen hübschen cosplayerinnen sehr daher konnte ich mich leider noch kein einziges mal überwinden bei einem anime manga fan treffen dabei zu sein ich gehe jedes mal traurig weg wenn ich am eingang stehe und dann weine ich weil ich es nicht geschafft habe dahin zu gehen ich fühle mich oft minderwertig weil ich kein cosplay habe daher meine frage brauche ich ein cosplay um so eine süße cosplayerin als freundin haben zu dürfen oder kann ich auch so mit einer zusammenkommen braucht man überhaupt als junge ein cosplay ja also prinzipiell ich mein ich glaube die frage ist jetzt circa sieben jahre alt das heißt ich hoffe mal du hast deine süße cosplayerin gefunden denn prinzipiell muss ich sagen klar kann man als normalo auch eine cosplayerin daten ich mein why not wenn es passt passt wobei ich sagen muss so als cosplayersicht würde ich mein partner auf jeden fall irgendwie dazu bringen wollen auch zu cosplayen stichwort partner cosplays ist sind einfach goals und nichts macht mehr spaß als mit dem partner oder mit einer freundin freund zu cosplayen aber ja prinzipiell ist eigentlich schüchtern und sprich sprich cosplayer an wir freuen uns über jeden freundlichen kontakt zum menschen what the fuck nein alter cosplay ist nicht gleich springen wer wer hat diese person das erzählt ich hoffe die wann wurde diese frage bestellt ich hoffe ich hoffe ich hoffe er weiß inzwischen was das ist die swingerpartys haben eine komplett andere stoßrichtung gut ausgedrückt ja hey ich wollte schon immer mal mit sora cosplayer ins dissonland aber ich werde dieses jahr 14 und es gibt eine regel dass man nicht mit disney kostümen ins dissonland darf ab 14 honestly das wusste ich nicht ich habe die frage jetzt mit reingenommen weil ich echt nicht wusste dass dissonland scheinbar gegen cosplayer ist einer hatte geschrieben dass es deswegen ist weil die leute dann die cosplayer nicht von den angestellten unterscheiden können und sie verwechselt werden das kann ich ehrlich gesagt verstehen aber ich finde es mega cool einfach so als als disney kostet das war eigentlich auch so ein bisschen auf meiner to do liste mega schade dass das scheinbar nicht so gewünscht ist aus welchem material kann man einfach ein messer herstellen cosplay ich würde glaube ich raten zur eva schaumstoff ich denke das ist eines der leichtesten basteln materialien die man nehmen kann für so waffen oder wenn man das glück hat einen 3d drucker zu besitzen ich kenne jemanden der echt geile waffen mit dem herstellt grüße gehen raus ich bin immer noch neidisch dann auf jeden fall 3d drucker hallo ich würde im oktober auf der fbm was auch immer das ist mit einigen freundinnen aus black butler cosplay eine sehr gute wahl ich werde dann undertaker ist mein erstes cosplay und habe sowieso keinen plan vom schminken also womit beziehungsweise wie würdet ihr den namen machen es gibt tatsächlich eine narbenflüssigkeit und zwar ich werde die auch verwenden für mein shikarake cosplay dazu kommt auch nach einem video und zwar streikt man sich einfach auf die haut das ins ist eine kleine ich bin es ein ich bin es einfach ein ist einfach so eine flüssigkeit und man pinselt sich das auf dadurch zieht sich die haut zusammen und man kann das einfach geil überschminken mit body paint zum beispiel das ist einfach cool nach narben aussieht also ich habe eine wick bestellt für ein cosplayer und frage mich welche charaktere ich potenziell auch damit classic cosplayen könnte wer bestellt sich eine wick bevor er überhaupt weiß welchen charakter er cosplayen möchte aber das mal beiseite wüsste ich ehrlich gesagt nicht welcher charakter blonder lange haare hat mit stirnfransen empfällt jetzt spontan ein ino und rachel also ino von naruto und rachel von angels of death aber die haben beide keine stirnfransen sonst wüsste ich ehrlich sagt auch niemanden so auf die schnelle aber ich bin auch nicht wirklich ein fan davon dass man einfach irgendwen cosplayt einfach um zu cosplayen ich würde ich würde nie irgendeinen character cosplayen den ich nicht mag oder den ich vielleicht gar nicht kenne meine freundin will unbedingt dass ich im cosplay auf die cosplay komme was soll ich tun im cosplay auf die cosplay gehen da meine freundin zwingt mich aber in cosplay zu kommen und drängt mich dazu sie kann richtig gut cosplayen ich habe ihr gesagt dass ich komme aber ohne cosplay sie will es nicht einsehen und die anderen beiden die in derselben whatsapp gruppe sind helfen mir auch nicht die beiden unterstützen sie sie meint sie würde auch deswegen weinen und ja ich weiß auch nicht was ich tun soll die lust zu cosplayen habe ich auch verloren und eigentlich will ich das nicht machen ok das ist wieder was anders also ich habe meinte ja vorher mit dem partner zu cosplayen ist wunderschön und überreden und so aber wenn man merkt der partner will halt nicht cosplayen warum sollte man dazu zwingen und ich finde dann muss man das auch nicht machen mein gott wenn man nicht cosplayen will sollte man es nicht tun auch wenn die freundin der freund sagt er will das unbedingt und man weint deswegen oder was auch immer es ist die eigene entscheidung und wenn man es nicht machen will dann bitte lasst es ab welchem alter soll man am besten zu cosplay conventions gehen ich finde das ist vollkommen altersunabhängig also solange die alte die älter nichts dagegen haben oder beziehungsweise eben wenn man noch zu jung ist mitkommen würden eine convention macht mit 14 genauso viel spaß wie mit 35 man kann eigentlich immer anfangen und naja es ist nur eine convention ich kann es allerdings verstehen bei der gamescom zum beispiel hatte ich gewartet bis ich zumindest 16 bin um eben die meisten spiele anzucken zu können aber das ist ja jetzt nicht direkt eine cosplay convention deswegen egal hey ich bin cosplayer und habe ein cosplay zu 6 aus little nightness sie ist barfuß ich weiß nicht wie ich das hinbekommen soll da es ja schon darum geht dem charakter so nah wie möglich zu sein andererseits kann ich schlecht ganz barfuß nach draußen gehen gibt es irgendwie so etwas wie durchsichtige schuhe es wäre ziemlich geil wenn es durchsichtige schuhe geben würde ich hatte auch schon leute gesehen die ohne schuhe auf einer konne herumgerannt sind aber ganz ehrlich will man das ich meine da sind so viele menschen unterwegs mir wird jetzt spontan spontan so ballerina schuhe einfallen also die die man als kinder immer gekauft hat diese die die nur unten quasi stoff haben die sind halt halbwegs unauffällig ganz ehrlich wie viele leute sehen auf die füße ich gucke nur dann auf schuhe wenn ich mir selber wenn ich selber nicht mit meinen schuhen zufrieden bin oder wenn es irgendwie im gespräch war aber sonst sehe ich eigentlich eher aufs gesicht und make up und perücke und so und ich denke auf schuhe oder eben keine schuhe schauen die wenigsten und es wird auch niemanden stören wenn es wenn sich auf einmal schuhe an hat kann man mit zwölf kontaktlinsen tragen und ich würde gerne wissen wo man kostet kontaktlinsen unter 20 euro kaufen kann erstmal ich glaube es sollte es sollte glaube ich kein problem sein mit zwölf schon kontaktlinsen zu tragen im zweifel aber immer den optiker fragen was kontaktlinsen kauf angeht bitte 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 immer auf die bewertungen achten und darauf dass es nicht die günstigsten der günstigsten kontaktlinsen sind sondern von mir aus um 5 euro teurere die die aber dafür schon oft bestellt wurden und die auch gute bewertungen haben denn gerade dinge die man sich aus auftut sind sind sehr mit vorsicht zu genießen und man sollte da nicht zu viel sparen wollen die kontaktlinsen die ich mir meistens bestellen sind aber trotzdem eigentlich relativ günstig also ich glaube die teuersten waren 23 euro die meisten kosten so um die 15 10 euro wird mir schon ein bisschen schlecht aber trotzdem habe ich mir welche um zehn euro gekauft die man auch voll okay also man muss wirklich nur auf die bewertungen achten und wie gesagt ich glaube mit zwölf es sollte kein problem sein aber besser nachfragen und ich kaufe meine eben auf amazon beziehungsweise oft auf die 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 ich glaube die seite heißt so ich bin es wieder ein ich habe schon hundertmal die frage gesehen wie fange ich mit cosplay an ich meine wie fängt man an man kauft sich etwas oder man guckt was hat man zu hause manche charaktere haben ja so ein simples design so gerade männer wenn man sie cosplayt haben einfach oft ein hemmt oder krawatte siehe diverse genzermann charaktere und da braucht man eigentlich nur eine brücke und kontaktlinse und fertig hat sich aber je nachdem was ich immer sage ist kostet nur charaktere die ihr wirklich kosten wollt und niemanden der einfach ein einfaches design hat und denkt ja das bekomme ich hin und die andere die ich eigentlich kosten möchte die bekomme ich nicht hin ich bin ein ziemlich großer fan von casual cosplays inzwischen wenn der weihnachts edition von einem character macht wo er einfach die wick aufsetzt und eben eine weihnachtspulli oder so dann erkennt man den charakter wahrscheinlich trotzdem wenn das make up passt oder die wick sehr aussagekräftig ist sollte also der charakter den man cosplayen möchte etwas aufwendiger sein dann würde ich sagen entweder man spart auf das cosplay und kauft sich das denn ich glaube falls man nicht gerade eine modeschule oder so gemacht hat oder generell nähen gelernt hat oder sonst irgendwie mega begabtes dann ist kaufen glaube ich gerade am anfang die leichteste möglichkeit um mal mit cosplay zu starten und das wichtigste ist eigentlich nur dass das spaß habt und dass ihr den charakter den ihr verkörpern wollt auch mögt ich denke wir haben heute ziemlich viele gute fragen gehört und manche auch beantwortet nicht allzu viele aber schreibt mir doch gerne in die kommentare wie ich dieses video gefallen hat wenn ihr mehr davon sehen wollt könnte ich noch andere fragen raussuchen zum thema anime gaming oder was auch immer zu diesem channel ansatzweise dazu passt ich finde ich finde es eigentlich ziemlich witzig ich bedanke mich vielmals fürs zusehen bis zum nächsten mal jana